Training Arms with Urs Kaliczynski, auf dem Kanal von Antoine Vaillant. Let's go, friends! Der erste Tipp des Tages ist Partials und Supersets in dem gleichen Überschuss. Let's go! 50? Let's go! Wir beginnen mit alternativen Curls. Junge, Urs steht einfach neben einem Open Heavyweight Bodybuilder, der auch auf der Olympiabühne, glaube ich, mal mitgemacht hat, letztes Jahr, wenn ich mich irre. Und er sieht einfach nicht viel kleiner aus. Der hat die Masse, der kann mithalten, das ist irre. Der ist so groß geworden, breit, das ist krank. Antoine Vaillant, wer ihn nicht kennt, richtig, richtig cooler Typ. Come on! Der IFBB Pro aus Kanada, richtig lustiger Content auch. Let's go! Let's go! Oh! Okay. All right. Double Hammer. That's it. Pump the action. Quick. Boom! 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 Let's go! More! More! Even smaller reps. Small ones, small ones, yeah. That's it. That's it. Oh, gottloser Pump. Good. All right, my turn now. I changed colors. Change colors. Now it's your turn. Wow! I'm using 55 because I'm open class. Yeah. Man City can use 30s. Yeah. Let's go. And he has more power because of the sunburn. Yeah. Let's go. Power of the sun. Come on, power of the sun. Schön, Sonnenbrand auf der Schulter. Richtig schlimm, ich hasse es. Let's go. Yes. You got more, come on. Easy. Two more, two more. One. One. Let's go. One more. Come on. Yes. Two. Freunde, ihr wisst gar nicht, wie gespannt ich bin, ne? Auf Mr. O dieses Jahr. Unfassbar. Ich habe so Bock, das vor Ort zu gucken. Ich habe so Bock, man. Good. Come on. I'm working this part. Yeah. Yeah. The white part. Small. Irgendwann werde ich mir den Wunsch, das ist schon immer mein Traum gewesen, einmal da hinzufahren und mir das reinzuziehen. Und den Wunsch werde ich mir eines Tages erfüllen. Ich schwöre es euch. Voll Bock. Schade, dass das nicht mehr in Las Vegas ist. Fände ich noch geil, dann könnte man so eine Woche Urlaub machen in Las Vegas. Direkt alles auf einen Schlag mitnehmen. Come on. If it moves, it's a wrap. Yeah. Every inch counts as a wrap. Come on. Okay. Ah shit. Okay. Let's move on. And a tip for the triceps. Boah, was ne geile Maschine, alter. Leck mich am Arsch. Krank. The rigatoni machine here. Rigatoni press. If you keep the... You can do a nice JM press, but really perfect. Bar, close your finger. You know like that? That would be... Have more triceps. And then if you keep your elbows... When outwards, it's a lot of attention on the elbows, but also more on the triceps. There's so ne krasse Stimme there, Antoine. So, you have bad elbows, but we don't do that. So keeping it light, turn control. You're gonna have a nice nice result of that. Yeah. Oh. Oh yeah. It doesn't work. Help me. Help me. Help me. Let's see if it works. Two or five steps. Also, I think the top 3 this year in the Classic will be the same as last year. It could be that Urs 2. Ramon will be that 3. But I see the three actually and Zibam on the 1 again. It's all that Zibam can't do it. It's all that he's injured. But otherwise Zibam gets the thing. It's all that I think. Oh shit. Still small, but... Let's try it. Let's try it. Get some new ones. Got some new ones. Get some new ones. Get some new ones. Ebenfalls. Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. We have some Pricks today. Yeah. From Mr. Antoine. Yeah. What's the... Feels good in German? Fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. Fühlt sich... Fühlt sich... Fühlt sich... Fühlt sich... Fühlt sich gut an, Jungs. Fühlt sich gut an, Jungs. We did two exercises. We were two exercises deep. Look at Antoine Vaillant, dem is so... Alles scheißegal. Der filmt mit iPhone. Sehr sympathisch. Finde ich geil. Hat ne fucking Reichweite. 150.000 Abos oder so. Und filmt einfach mit dem iPhone. Geil, Alter. Finde ich richtig... Das ist geil. Klar ist die Qualität jetzt nicht die beste, aber es reicht völlig aus. Und Unterhaltung ist gegeben. Was ist das denn für ein Gerät, Alter? Ja. Weißt du das? Was? Wenn du nicht große Arme hast, wie ich habe. Was? Dann willst du sie größer machen, nicht so. Mach die Schulterbeine. Oh, ja. Und dann legst du deine Triceps gegen den Latt. Und dann... Da habt das, Freunde. Den Cheat für den Bizeps. Und dann sieht man, dass der Angle hier ist. Und du bist auf der rechten Seite des Pigs. Ja, legst du dein Kopf noch weiter. Und dann kannst du es so machen. Ja, da geht's. Fock, meine Arme sind so groß. Hat der Coach Greg gerade nachgemacht? Ich glaube schon. I'm gonna make it. I just cut off my dick and then it's not 270 and then it's only 225. Oh, es schneidet sein Penis ab, damit er ins Gewichtslimit reinkommt. Geil. The Biceps Banger. Good old. The classiest Biceps machine ever on this planet. Yeah, it's my first Bicep exercise that I ever did. Back home when I was like... Also my grandpa did it. And every time when you ask about gym, everybody's doing this exercise. Good old concentration curls. I like it too, because when you get tired, you can spot yourself with your other hand. Yeah. Come on. Come on. Come on. Danke für die Witze. Come on, man. 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 Ich find Antoine Vaillant so geil. Das ist Schwergewichtsbodybuilder, aber der ist völlig Banane in der Birne. Seine Videos Vlogs, der macht nur Faxen. Der ist noch behinderter als ich, aber ist noch IFPV Pro, macht bei Mr. Olympia mit. So müsst ihr euch das vorstellen. Und hat noch gestörteren Humor als ich. Richtig lustig. Let's go. I got you. Superset, huh? We're recording, huh? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Komm, geh doch einfach weiter. Lass die Leute trainieren. You're looking bigger. Du bist nicht lustig. Oh shit, look at that. Oh yeah. Too big. Too pump, man. Oh yeah. The chest pump, huh? No, no, no. It was the arm today, but I still got the chest pump. You have the chest pump and arm there, huh? Do it. Here. Horse reps. Oh. Let's go. Two. Boah, was ein gottloser Unterleiterwinkel, ne? Danke, Taifur. Genau das wollte ich gerade auch sagen. Rough Diesel wurde nicht übersehen. Ist für mich auch einer der schönsten, der besten Poser und der besten Classic Athleten. Aber wird schwer für ihn für eine Top 3. Das ist doch mal ein geiles Urs Video gewesen. Also nicht auf seinem Kanal, aber als Gast. Hat mir echt gut gefallen. Mal was ganz anderes. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ASN.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres IsoClear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry Geschmack. Gebt mir noch zwei Wochen. OASN.com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell drei verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei OASN.com ab. Denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Danke. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch dreimal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.